hallo liebe zielgruppe zu einem neuen video hier auf unserem kanal wir wollen heute mal einen tagesausflug machen um ein bisschen camping feeling zu haben in dieser komischen zeit und ja dadurch daher werde ich jetzt die sachen packen wir haben schon ein paar sachen hier drin wir wollen kochen wir wollen schön kuchen hier essen und unter anderem dann zum mittag auch ein glas wein trinken ja und zum abend geht das dann wieder nach hause aber schaut wo wir hinfahren so wir sind angekommen an unserem ziel wo wir hin wollen und damit auch von mir ein hallöchen zu diesem neuen video wir machen einen kleinen stresstest mit dem pepper hier sind ein paar kilometer gefahren und man muss sagen nachdem wir einiges repariert haben klappert dann nichts mehr außer vielleicht mal eine tasse oder so aber das ist ja normal so wir werden jetzt schön spazieren gehen und werden das jetzt genießen so wir haben unsere tour gemacht sind gut gelaufen kann mal gucken was mein system hier sagt was bin ich ja nicht überhaupt gelaufen also es waren so weiß ich bestimmt sechs da dauert eine sekunde so 42 minuten gelaufen und 6,7 kilometer also annähernd 7 war erstmal schöner anfang jetzt werden wir hier schön im teddy ein bisschen kochen genau und das werden wir euch zeigen eben gerade habt ihr gesehen also hier wo wir stehen ist es sehr uneben dafür gibt aber wunderbar diese auferkeile genau und jetzt wird innen drin gewerkelt wir sind zu viert ja unterwegs wie wir das ganz am anfang gegebenfalls dauer gesagt haben wenn mich nicht alles täuscht wenn dann ist das jetzt genau und das wird ist mein absoluter stresstest an diesem tag und schauen ob das alles so funktioniert wird geklappert hat so gut wie nichts mehr aber jetzt noch natürlich gucken funktioniert das vier leute mittag essen und dann wollen wir sogar einen kaffee trinken ob das funktioniert ja wir zeigen es euch bis dahin so jetzt fangen wir an das hähnchenfleisch anzubraten da hinten haben wir ein pott mit gemüse und dann fehlt noch ein pott mit ein bisschen restes nudeln genau das gibt es dann noch dazu und dann lassen wir uns das hier mal schmecken dann ja ich bin ganz vorsichtig jetzt müssen mal gucken ob er vielleicht dann doch noch ein bisschen aufmacht ja das wäre schön ein bisschen viel für sich ja gut ich muss es ja ein bisschen anschwitzen muss ich es schon und nun kommt das hähnchenfleisch dazu so gas abgedreht das essen ist fertig jetzt werden wir noch das wasser abgießen von den nudeln und dann heißt das guten hunger das essen war lecker jetzt heißt das natürlich mal wieder arbeiten das heißt alles abwaschen und abtrocknen und da der marcel auf dem beifahrersitz sitzt und das dementsprechend ja der abtrocknen platz ist muss er natürlich dementsprechend auch abtrocknen ja wir fangen jetzt erst mal an wasser hier reinzulassen da musst du mir aber ein trockentuch geben das mache ich doch gern nach einem leckeren essen würde ich sagen und abwasch und abtrocknen bisschen arbeit war natürlich auch noch dabei klar machen wir jetzt mal spaziergang wir können schon mal sagen also das läuft ganz gut wie gesagt wir sind ja zu viert on board klar es kann immer nur einer wirklich stehen und machen aber es ist halt der durchgang sehr eng man kann sich gut bedienen lassen in dem moment ja danke ja genau in dem fall war ich es in dem fall bist du es ja wie gesagt also wir sind ganz zufrieden was wir sagen können es klappert so gut wie gar nichts wird ich das haben jetzt alles durch also wirklich super also die modifikation die dabei gemacht haben waren ok wirklich wunderbar so und weil jetzt ist es nicht eigentlich so dass die hänse und krähte im wald gelassen werden und nicht die kinder und nicht die schwiegereltern deine schwiegerelter ja deine eltern ist naja wir gehen jetzt in die richtung mal mit würde ich sagen sonst sind sie weg und naja dann melden wir uns wieder wenn wir wieder am weinsberg beim pepper sind oder wenn es was schönes spannendes noch zu sehen gibt weil wir gehen jetzt einen weg den wir auch nicht kennen genau so ein ganzer tag kann man sagen geht jetzt wirklich zu neige also wir haben wirklich bis heute morgen ja haben wir eigentlich alles hier mal und tagestrip verbracht mit vier leuten ging das doch sehr gut das war super kein problem gut ich sag mal wasserverbrauch hast du halt dann dementsprechend ein bisschen wenn du kochst und wenn du dann zweimal abwäschst und so weiter wir haben 30 liter aufgefüllt die 30 liter sind jetzt auch so gut wie leer also ja aber ansonsten schöner tag sonnig vor allen dingen wir haben genossen mal wieder mit dem wohnmobil unterwegs zu sein und wenn wir schon nicht wirklich gereist sind also wirklich mit alles was dazu gehört haben wir wenigstens ein tagsausflug und wir haben camping feeling gehabt das ist doch echt schon was tolles das ist viel wert in der jetzigen zeit da können wir froh sein dass regionale tagestrips doch bei uns erlaubt sind mit dem nötigen abstand finde ich ist es auch ganz richtig genau ja und ansonsten weil würde ich sagen du warst das war es das für heute und wir fahren jetzt wieder nach hause genau wünschen euch noch einen schönen tag schönen abend schöne nacht genau morgen je nachdem wann ihr das video guckt bleibt vor allen dingen gesund das ist ganz wichtig in diesen zeiten genau und dann würden wir schon sagen sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen video auf unserem kanal kreuzfahrtbully bis dahin tschüss dann Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.